Okay, da vorne ist er. Was müssen wir jetzt tun? Einfach abschießen. Oh mein Gott. Holy Shit. Okay. LOL, jetzt bin ich der. Ach so. Oh mein Gott, ist der OP. Holy Shit. Ist da noch wer? Oh mein Gott, von hinten. Ready? Also 3, 2, 1. Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Call of Duty Mobile. Leute, wir sind auch schon im Game. Es hat eine neue Season begonnen. Und zwar Season 8. The Forge. Richtig, richtig nice. Ganz, ganz kurze Info, bevor es jetzt richtig losgeht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich spiele gerade noch in der Season 8 The Forge. Und bald ist es soweit. Und zwar kommt bald die neue Season 9 raus. Ich bin schon mega gehypt. Dazu wird es natürlich auch ein Video geben. Und darauf könnt ihr euch schon freuen. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Wir müssen gleich die ganzen Battle Pass durchkaufen. Und Leute, erstmal riesengroß Dankeschön an Activision für die Unterstützung dieses Videos. Und sie haben mir natürlich auch ordentlich COD-Punkte hier aufgeladen, dass ich euch ein paar Sachen zeigen kann, die sich vielleicht nicht jeder Free-to-Play-Spieler leisten kann. Übrigens, wenn ihr Interesse an einem Spiel habt, alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich zocke das Game schon seit fast einem Jahr. Also mindestens sieben, acht Monate. Und deswegen freue ich mich auch mega auf diese Zusammenarbeit. Das ist das zweite Video. Wer das erste verpasst hat, gerne noch anschauen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall los. Wir können hier erstmal... Wir haben hier noch ein paar Ziehungen, die wir machen können. Spektrum, Redux-Ziehung und Schmelzpunkt-Ziehung. Da kann man sich im Prinzip für die COD-Punkte so ein paar... Alter, diese Waffe sieht so sick aus. Also die will ich ja unbedingt haben. Da kann man sich so ein bisschen was gönnen. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Wenn wir die Waffe bekommen, das wäre schon... Guckt euch die Waffe einfach mal an. Holy shit. Wir probieren es einfach. 30 Punkte kostet eine Ziehung. Die wird auch mit jedem mal teurer. Komm. Ja, oh. Wow. Das ist aber schon mal sehr, sehr nice. Wächter-Aufklärer. Geile Sache schon mal. Zum Start. Komm, wir machen noch eine Ziehung. Ich will diese Waffe unbedingt haben, Alter. Die sieht zu lit aus. Na, okay. Chromatischer Rahmen. Gut. Wir machen die nächste Ziehung. Übrigens, ihr müsst sowas überhaupt nicht nachmachen, ne? Oh mein Gott. Es war kurz auf der Waffe. Dieses Geld ausgeben und Punkte ausgeben. Ist absolut nicht notwendig, Leute. Ich mache das einfach rein zur Unterhaltung. Und weil ich von COD jetzt sowieso die Punkte bekommen habe. Und, Alter, die Ziehungen werden jetzt echt schon teurer. Aber die Granate, Alter. Ich will unbedingt diese Waffe haben. Let's go. Junge. Das ist, glaube ich, unmöglich, die zu bekommen. Also nicht ganz. Aber komm. Wir haben die Punkte sowieso. Ich mache es jetzt so lange, bis wir die Waffe haben. Okay. Die Pistole haben wir schon mal. Die sieht auch sehr, sehr nice aus. Boah, Alter. Sick. Sick, sick, sick. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und jetzt, Alter, jetzt ziehen wir den Bombs. 1.300, hau-shit. Nein. Junge. Alter. Ja, das ist schon so teuer. 2.000 Punkte. Ich hoffe, wir haben noch genug gleich. Aber jetzt brauche ich erstmal die Waffe. Nee. Natürlich. Natürlich kommt sie nicht. Jetzt kommt sie. Aber komm. Let's go. Das ist 50-50. Na. Okay. Gut. Wir haben zwar auch eine nice Waffe. Gut. Dann haben wir hier einmal alles durchgekauft. 3.500. Und gefühlt alle Punkte rausgeballert, die wir haben. Aber gut. Jetzt kann ich eh nichts anderes mitziehen, außer diese Waffe. Und jetzt bekomme ich sie einfach, ne. Holy shit. Let's go, Leute. Lass dafür auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Die Waffe sieht so unnormal sick aus. Wie sick sieht diese Waffe bitte aus. Oh mein Gott. Gut. Jetzt habe ich hier einfach mal alles durchgezogen. Wir haben tatsächlich noch eine Züge, Schmelzpunkt Züge. Da gibt es auch eine richtig geile Waffe. Aber das machen wir gleich im Anschluss. Jetzt gucken wir uns erstmal den neuen Battle Pass an. Und wir können uns hier auch den Premium Pass kaufen. Das machen wir direkt mal. Let's go. Direkt mal mit 12 Stufen. 1280. Wir ballern direkt raus. Stufe 13. Gucken wir uns direkt mal an, was wir hier bekommen. Einmal. Ja. Der sieht auf jeden Fall ganz fresh aus. Ja. Kann man machen. Muss nicht sein. Holy shit. Alter. Da sind ja richtig nice Skins drin. Da sind richtig nice Waffen Skins drin. In dem Battle Pass. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Was kriegen wir noch? Ach, okay. Ja, gut. Die ist jetzt nicht so nice. Ja, doch. Die Pistole, die gefällt mir auch ganz gut. Der Reaper, Alter. Wie heftig sieht der denn aus? Also, holy shit. Der Reaper ist schon sehr, sehr nice. Wir kaufen uns jetzt natürlich auch noch die letzten Stufen. Wir kaufen gleich plus 30. Ich hoffe, wir haben noch genug Punkte. Ja, sollte reichen. Perfekt. Stufe 43. Alter, da kommen jetzt noch... Oh mein Gott. Da kommen jetzt noch so nice Sachen. Ich bin echt gespannt. Ich habe sie noch nicht angeguckt. Das heißt, es wird jetzt echt die übelste Überraschung. Aber die Skins sehen schon mal sehr nice aus mit diesem Lava-Effekt. oder was auch immer. Da kommt direkt der nächste Skin. Gut, die sieht es nicht so nice aus. Abgerackt. Die sieht auch ziemlich so aus. Das wäre sie abgerackt. Ja, Prophet sieht ganz geil aus. What? Oh mein Gott. Das sieht krass aus. Was kommt? Nee, das ist jetzt auch nicht so meins. Komm. Ich habe noch ein paar nice Skins jetzt hier zum Ende. Okay, warte mal. Wir müssen uns die letzte Stufe auch noch kaufen. Zehn Stufen sollten, glaube ich, fast reichen. Let's go. Oh, wir sind noch Stufe 53. Hä, gibt es überhaupt die 3? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Messer. Holy shit. Ich werde das gleich alles ausrüsten. Ich werde gleich so ein nice Setup hier reinballern, Alter. Holy shit. Das ist jetzt so. Alter. Junge. Das macht so Bock, hier alles durchzukaufen. Also wirklich vielen lieben Dank für die ganzen Punkte, die ich hier rausballern kann. Sehr, sehr nice Sache. Okay, dann würde ich sagen, ich rüste mich erstmal aus. Wir gehen erstmal ins Inventar und wir können da jetzt echt einiges ausbessern. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier mein Setup beisammen habe. Boah, Alter, das Knife ist ja schon geil. Das Karambit, Farbexplosion. Und jetzt haben wir einfach noch... Alter, wo ist es? Wo ist es? Hallo? Ist das hier? Das ist es, oder? Alter, das sieht sick aus. Holy shit. Nein. Also, die Waffe ist ja mal so sick, die will ich jetzt ingame direkt sehen, Alter. Das ist so krank. Holy shit. Das sieht so nice aus. So, ich bin jetzt schon mal so weiter ausgerüstet, Alter. Das sieht ja mega sick aus. Jetzt können wir aber hier noch ein bisschen beim Profil ändern. Das machen wir auch mal eben. Ja, das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Sehr schön. So, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Team-Deathmatch. Let's go, Leute. Ich bin so ready, Alter, diese Waffe jetzt hier ingame zu sehen. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen noch um da dafür, dass ich jetzt hier alles rausgeballert habe an meinen Punkten. Und wir gehen rein ins Game. Jetzt, hoffentlich hat sich das Ganze auch gelohnt, Alter. Ich werde die so wegflexen, meine Teammates und auch die Gegner. Die werden gar nicht drauf klarkommen. Die werden überhaupt nicht drauf klarkommen. Okay, let's go, Alter. Wie krank sieht das denn aus? Holy shit. So, Leute, let's go. Oh, mein Gott, Alter. Jetzt erstmal hier eine Nate rausballern. Zack. Wenn ich den jetzt zur Methode, das war schon litz. Nee, absolut nicht. Let's go. Oh, die Waffe sind hier so sick aus. Digga mit diesem Schalldämpfer. Oh, nein. Oh, zum Glück sind die Gegner total kacke gerade. Bin aber auch gerade nicht wirklich gut. Vorne war er. Oh, mein Gott, war das dumm. Oh, das war, das war easy. So konzentriert wie gerade. Oh, da ist er. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, Junge, wie krass bin ich gerade. Das ist ein 2. Let's go. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wo sind die Gegners? Wir nehmen einfach den. Der ist am einfachsten. Ein Kill. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Einmal reloaden. Und jetzt wird das jetzt. Leute, oh. Alter, bin ich ein einziges Mal gestorben. Bis jetzt, nee, oder? Nein, ich bin tot. Boah, Alter, ich bin echt so überzeugt von diesem Skin. Alter, das sieht so nice aus. Also, fast noch nie, glaube ich, einen geilen Skin gesehen. Kleine Hilfe. Auch die Granate einfach so nice. Let's go. Okay. Wir laufen da jetzt einfach mal rein. Wir springen da auch nach. Nee, einfach Full Risk. Okay, jetzt sehen wir, wo die Gegner sind. Oh mein Gott. So, bevor die Granate jetzt hier in der Hand explodiert, zeige ich euch einen krassen Trick. Bam. Hat einfach gar nichts gemacht. Perfekt. Oh. So, Alter, let's go. Jetzt holen wir die aber weg. Wir führen eh. Also, wir gewinnen das auf jeden Fall das Game. Ich will euch jetzt nur einen ultra krassen Kill zeigen. Warte mal, wir machen das jetzt so. Jetzt wäre reingekämen, wäre, da kann ich Deutsch nicht. Let's go. Wir haben gewonnen. Easy. Nice. Erste Runde schon mal easy gewonnen. Okay, Leute. Was ich euch auf jeden Fall versprochen habe, dass wir noch eine Ziehung machen. Schmelzpunkt nämlich. Da gibt es auf jeden Fall auch eine sauneiße Waffe, die wir nicht unbedingt haben. Aber ich habe leider nicht mehr so viele Punkte, die ich hier reinhauen kann. Aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht sind wir lucky. Ah, okay. Boah, aber die ist auch nicht schlecht. Die ist nicht schlecht, kann man schon sagen. Okay. Jetzt glaube ich jetzt einfach die Waffe. Komm, auf Ansage. Wir kriegen sie. Nee. Egal. Eine Ziehung machen wir noch, würde ich sagen. Obwohl, ja komm, eine können wir danach auch noch machen. Ach, komm. Also, Slug ist gerade nicht so auf meiner Seite. Letzte Ziehung. Come on. Jetzt noch irgendwas Nices. Jetzt gibt es eh nur noch nice Sachen. Okay. Das nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Gefällt mir. Und wir gehen nochmal in eine Runde rein, würde ich sagen. Aber ich ändere noch ein bisschen mein Aussehen und das Ganze. Boah, ich glaube, ich nehme ihn hier, alter Wächteraufklärer. Der ist auf jeden Fall sick. Da können wir noch einen nice Rucksack darauf machen. Irgendeiner, der gut passt. Wollen wir gleich den Farbspektrum Rucksack. Alter, da ist dann richtig, richtig auffällig. Das sieht aber auf jeden Fall ganz nice aus. So, dann würde ich sagen, spielen wir mal Juggernaut. Ein Juggernaut versus fünf Soldaten. Wer wird noch stehen, wenn die Schlacht geschlagen ist? Alter, das habe ich noch nie gespielt. Das wird jetzt richtig, richtig crazy. Okay, es geht auch schon los. Ähm, ah ja, 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 ja. Also der Juggernaut ist anscheinend so ein Roboter, den wir jetzt einfach hier zerstören müssen aus dem Map rassen. Okay, da vorne ist er. Was müssen wir jetzt tun? Einfach abschießen. Oh mein Gott. Woll. Ach, und der Sport jetzt immer neu, oder was? Okay, ich habe es verstanden. Ich muss den Juggernaut töten und Punkte zusammen. Oh mein Gott, bevor er mich tötet, bitte. Holy shit, ist er stark. Ach, du kacke. What the fuck? Junge, wo ist er denn? Da vorne. Komm, ich muss ihn töten. Von hinten! Attacke! Ach, auch eine große Hilfe. Let's go, das Meiner, das Meiner. Save, 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 save. Ich bin zu kacke dafür. Wie viel hält der denn aus? Was ist das für ein fettes Tier, Alter? Okay, wir brauchen die Boxen. Ich glaube, das sind nochmal besondere Items, die echt Sinn ergeben. Let's go, öffnen, komm. Gön, gön, gön. Okay, Reiniger. Okay, gut, da muss ich jetzt halt nah ran. Das wird ja mega lustig, ey. Holy shit. Okay, lol, jetzt bin ich der! Ach so! Jetzt hab ich den Modus erst gecheckt. Oh mein Gott, ist der OP, holy shit! Ich versteh's jetzt erst. Okay, ich bin tot. Also wir haben auf jeden Fall fast gewonnen. Ich hol mir hier nochmal eine Kiste. Let's go, irgendwas Nices, bitte. Oh, okay, warte mal. Jetzt muss ich mal testen, wie das funktioniert. Wo ist er denn? Okay. Okay, wir haben verloren. Super. Oh Mann. Okay, die Runde war jetzt nicht so wirklich krickelnd. Kann man nix machen. Wir spielen auch mal eine Runde Team Deathmatch. So, das erste Mal High Rise, Mission Herrschaft. Okay, ich bin sehr gespannt. Alter, diese Waffen, das gehen sieht so geil aus, Mann! Was soll ich dazu sagen, ey? Das ist so sick einfach nur. Okay, Runde startet, Herrschaft, man kennt, man muss einfach die Objekte einnehmen. Da kann halt jederzeit hier vorne, wenn man um die Ecke kommt. Ich hab echt ein bisschen Angst. Mal, aber das sieht schon mal gut aus. Sehr schön eingenommen. Da kommt schon mal der Erste. Oh mein Gott, der ist weg. Perfekt, Alter, Profi. Das war's. Ich bin tot. So, eine sehr, sehr wilde Granate jetzt hier vorne. Ich hoffe, die bringt irgendwas. Holy shit, Alter. Holy shit, war das los. Let's go, weg mit dir. Ich jump mal hier rein. Ich bin auf C, okay. Sehr gut, aber ich verstecke mich hier erstmal. Okay. Was ist denn hier los? Wo sind die Gegners? Safe and safe and safe and another. Ich probier's einfach. Ne, leider nicht. Okay, kommt. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Gas geben. Wir führen zwar gerade, aber da geht auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall besser, sagen wir's mal so. Ich geh hier wieder rein. Let's go, jetzt bin ich zu zweit wenigstens mit einem Mate hier noch. Perfekt. Aber da ist noch wer. Der ist auch down. Sehr gut, wir holen uns zäh. Ist da noch wer? Oh mein Gott, von hinten. Irgendwas will der denn? Da kommt noch mehr von hinten. Perfekt. Oh mein Gott, Alter, das war gerade sick. Nein! Ja, hallo. Hallo, ich bin schon da. Okay. Okay, ich komm. So, jetzt ist das Essen da. Ach, super. Okay, leider. Ich musste ganz kurz aufmachen, weil Essen gekommen ist, aber... Oh Gott. Ich bin los. Hat niemand gesehen. Hat absolut niemand gesehen. Okay, wir schicken die mal hier raus gleich. Warte mal. Oh Gott. Das muss ich aber so, dass die nicht direkt an der Wand explodiert. Und jetzt haben wir noch. Oh mein Gott, Digger. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh Gott, bin ich los. 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 Oh. Ja, moin. Da geht man einmal Essen holen. Und dann ist man schon am verlieren. So nicht. Okay. Ich carry das jetzt einfach. Let's go. Oh mein Gott. Müssen wir uns auf jeden Fall mal A holen. Auf Undercover jetzt hier unterwegs. Oh Gott. Ja, also meine KD sieht gerade wahrscheinlich auch nicht wirklich super aus, aber... Idee ist, was it is, ne? Was ist denn das jetzt schon wieder passiert? Ach, ich wurde gesnipen. Alter Junge, wie krank OP ist der denn? Sag mal, hackt's bei dem? Will der das jetzt noch ein paar Mal machen, oder was? Okay, komm, wir müssen uns jetzt hier mal B holen, oder A. Let's go. Das war's. Verloren. GG. Okay. Naja. Es war nicht gewonnen, aber war auf jeden Fall trotzdem ein nicees Game. Leute, wenn euch das Game gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Infos zu dem Game erfahren wollt, dann geht einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu den Infos. Könnt euch das Game natürlich auch gerne kostenlos downloaden. Und ja, was gibt's noch was zu sagen? Lasst einen Daumen hoch oben da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das war auf jeden Fall nicht die letzte Folge COD-BO, weil so viel kann ich euch schon mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Outro